Wir sind so froh in dieser Debatte im Kontext der aktuellen Flüchtlingskrise. Die erste, wo die jungen Flüchtlinge am besten skolarisiert werden sollten, und die zweite, wo die Flüchtlinge im Allgemeinen unterbrochen sollten. Die an dem Charles Görensinger ist eine interessante Präsentation. Er hat als erstes seinen politischen Parcours an seine Meinung über die politischen Themen ausgegeben. Und nun mache ich noch Hoppe für uns vielseitig frohen. Ich war am Committee on Environment, Public Health and Food Safety, an dem wir uns für alle mit dem Modell der Circular Economy beschäftigt haben. Es ist ein Projekt, bei dem man leert, in der Publikum zu sprechen, und seine Meinung bis zu leicht zu verteidigen, und dadurch alles auf Englisch. Und es leert, den wir auch für alle Jugendlichen aus ganz Europa kennen. Es hat mich auch ein wenig die Überzeugung bestärkt, wie wichtig Europa ist, und dass in dieser Zeit, gerade auf den jungen Generationen auch, und das ist ein sehr wichtiges Thema für die Europäische Projekte. Untertitelung des ZDF, 2020